Die Beilagen Die Kohlenhydrate Die Bäckerei Das Mehl Die Weizen Das Brot Das Weißbrot Das Fladenbrot Das Hörnchen und Hörnchen Das Croissant Hartes Brot Der Zwieback Der Reis Der Milchreis Die Teigwaren Makarona Fuhl Fuhl Die Linsen Ats Ungeschälte Linsen Ats Begibbe Die Bohnen Die Bohnen Fasulierbohnen Fasulier Die Gerste Schaier Die Kichererbsen Hummus Der Mais Dora Die Kartoffel Die Kartoffel Böbelbrei Patates Mahrusa Die Pommes Die Pommes Patates Sawabi Die Pizza Bidze.